Hier sind wir jetzt im Hafen von Miami. Hier stehen ein paar kleinere Schiffe. Und jetzt holst du mir, Martin? Prost! Die Kran-Wall-Victory. Das ist ja schon mit, glaube ich, Russlandseiten, oder? Mit bunten Dingern, oder? Ja, ja. Aber das ist eigentlich auch ein kleiner, ne? Das ist eine schöne kleine. Hier sehen Sie den kompletten Hafen. Dort. Hier sind wir in Norbert und Russland. Das ist geil. Haben wir jetzt gerade den Hafen angeschaut. Die anderen zwei sind schon da draußen. Und hier ist unser Hotel. Hier sehen wir jeden Abend schön, dass wir schön frei haben und was draussen. So, die Norbert und Sky direkt vor unserem Hotel. Hier hinten haben wir noch die Solle-Fried. Jetzt werden die Lotsen vor Bord gebracht. Oder ist noch jemand nachgefahren worden? Ja. 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 Das sind keine Queen. Ich weiß aber auch nicht, was für eine das sein kann. Das sieht sehr aus wie die Queen. Das ist ein Podium. Das ist ja alles gut. Das ist alles gut. Das ist ja alles gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017